Hast du die Folierung selber gemacht? Ja. Ey, wenn du jetzt was dagegen sagst, ne? Wenn du jetzt was dagegen sagst, dann raste ich komplett aus hier. Ne, ich finde die ist okay. Ja? Ja, die ist okay. Ja, ich hätte vielleicht ein, zwei Linien weggelassen, aber das ist ja auch ein bisschen Imagebilden, das war ja auch rausstechend. Was sagst du dazu? Er darf nichts dazu sagen, er arbeitet hier.